Rainer F. Schmidt ist Professor für Neueste Geschichte und Didaktik der Geschichte an der Universität Würzburg. Er studierte Geschichte, Anglistik und Amerikanistik in Würzburg und an der Clark University USA. Seine Forschungsschwerpunkte liegen unter anderem in der Geschichte des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges, der Außenpolitik der Habsburger Monarchie und des Bismarckreiches, der Weimarer Republik und den deutsch-britischen Beziehungen des 19. und 20. Jahrhunderts, Rainer F. Schmidt rezensiert für die Frankfurter Allgemeine Zeitung regelmäßig Bücher zum Nationalsozialismus und Zweiten Weltkrieg. Werke, die gescheiterte Allianz Österreich-Ungarn-England und das Deutsche Reich in der Ära Andraschi, Lang, Frankfurt am Main, Bern, New York, Paris 1992 ISBN 3-631-446276 Graf Julius Andraschi vom Revolutionär zum Außenminister Muster Schmidt-Göttingen, Zürich 1995 ISBN 3-7881-0144X Rudolf Hess-Botengang eines Toren Anführungszeichen Punkt Der Flug nach Großbritannien vom 10. Mai 1941 ECON Düsseldorf 1997 ISBN 3-430180163 Die Außenpolitik des Dritten Reiches 1933-1939 Klett-Kotter, Stuttgart 2002 ISBN 3-60894047-2 Otto von Bismarck Realpolitik und Revolution Eine Biografie Kohlhammer, Stuttgart 2004 ISBN 3-17101-7407X Bismarck, Realpolitik und Revolution Hugendubel, Kreuzlingen, München 2006 ISBN 3-720528650 Der Zweite Weltkrieg, die Zerstörung Europas Bi